100% Musik, 0% Commercials, on the web, 24 hours a day, 90.7 FM, Powerstation, Bremerhaven, today's hit music, radiovisa.tv Also ihr seid ja meistens am Deichbrand, ne? Ja, wir waren schon zufrieden. Achso, ja und wie gefällt es uns denn hier so? Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, wir sind sehr froh hier zu sein. Ja, habt ihr noch besondere Erwartungen und Wünsche an euren Auftritt? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir hier natürlich in so einem musikalischen Umfeld sind, was so ein bisschen lauter ist eigentlich. Und das ist für uns dann auch gerade eben auch solche Festivals sind eine totale Herausforderung. Dann eben das Publikum aber auch gleichermaßen abzuholen. Also ganz egal, ob vorher lautere Töne geherrscht haben, sie einfach an unsere Welt einfach mitzupfen. Das ist sicherlich einfach nochmal, ja, dann nochmal was anderes. Ja. Seid ihr in OR der Festival-Typ oder eher Konzerte? Jetzt als Gänger oder als Spieler? Als Spieler. Ach, sowohl als auch. Wie gerade eben schon gesagt, es bedeuten halt unterschiedliche Szenarien eben dann andere Herausforderungen oder eben vielleicht ein bisschen andere Haltung. Aber letztendlich geht es uns immer darum, Musik zu teilen, Emotionen zu teilen. Und da ist es egal, ne, ob man eben in einem Club steht oder auf einer größeren Clubbühne oder eben auf einem Festival oder eben in einem ganz intimen Rahmen. Das ist immer, ich meine, es geht immer um Musik. Aber es ist ja auch schon richtig groß jetzt hier geworden beim Deichbrand. Also ich weiß ja nicht, wann ihr das erste Mal da wart, in welchem Jahr. Aber da waren auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich weniger Besucher hier. Wie viele sind es in diesem Jahr? Ich weiß es. Ich glaube 35.000 sollen. Oh, wow. Schon 10.000 mehr als letztes Jahr. Ja. Ja. Es wird auf jeden Fall immer größer. Ja. Ja, und eure neue CD ist ja jetzt rausgekommen Ende Juni und auch gleich auf Platz 1 eingestiegen. Ja. Wie habt ihr denn davon erfahren und wo wartet ihr gerade, als wir es gehört haben? Wir waren leider alle an unterschiedlichen Orten. Also die Einzigen, die zusammen waren, waren Andi und ich tatsächlich in unserer gemeinsamen Berliner Wohnung. Und wir sind durchgedreht. Also ich habe den Anruf erhalten und beziehungsweise die E-Mail gelesen, glaube ich, weil uns die ganze Zeit Leute versucht haben anzurufen. Und irgendwie waren unsere Handys, glaube ich, weit auf. Und ich habe dann diese Mail gelesen und wir haben es einfach dann total gefeiert. Also wir lagen uns echt in den Arm und haben geweint, weil es einfach so natürlich ein Moment ist, der einfach unheimlich erfüllend ist. Weil man einfach merkt, dass da Leute da draußen auf diese Platte gewartet haben und dann einfach auch direkt in diesem Moment losgegangen sind und sie wirklich auch für sich haben wollten. Und das ist schon einfach unheimlich bewegend. Gerade wenn man so viel Herzblut und so viel Liebe in diese Sache gesteckt hat, wie wir das wirklich in diesem letzten Jahr getan haben. Und dann ist das eben ein bewegender Moment. Und wir haben uns dann alle so zusammen telefoniert und das dann eben gemeinsam geteilt. Auch mit unserem ganzen Umfeld. Und mit unserer Kudi, mit uns live unterwegs ist, mit unserer Meldung, mit unserer Klappenfirma. Und haben da wirklich einfach mal kurz die ganze Familie so zusammen gelassen. Ja, und Liebe ist ja sozusagen auch das Stichwort bei dem Titel der CD. Wie wichtig ist euch denn die Liebe im Leben? Ja, ich meine, Liebe ist das, worum sich alles dreht. Das ist das, was alles zusammenhält. Und das ist der Sinn des Lebens. Also einfach mit Liebe, mit dem Leben hinzugehen. Und miteinander und mit uns selbst. Und das versuchen wir auch eben auf dieser Matte eben dann auch so zu beleuchten. Und ganz klar unsere Facetten und unsere, ja auch unsere Werte so ein bisschen auch darzustellen und abzumachen. Und was würdet ihr sagen, wie sich das Album jetzt vom Vorgänger unterscheidet? Ich glaube, wir haben uns noch mal ein bisschen mehr auf das konzentriert und fokussiert, was wir so sind und wer wir so sind. Und was ist wirklich auf dem Herzen liegt. Und wir waren noch mal ein Stück weit ehrlicher, auch noch ein Stückchen Mutiger, einfach die Dinge wirklich so auszusprechen, wie wir sie eben empfinden. Und ich glaube, dazu braucht man aber auch erstmal ein Album auf dem Markt. Man muss sich erstmal so finden und erstmal gucken, wie sich das so anfühlt und wie sich das auch in der Wechselwirkung anfühlt. Und ich glaube, man kann so viel bei sich entstehen lassen, wenn man das noch nie gemacht hat, also den Austausch so noch nie gepflegt hat mit einem Publikum. Und dann ist es einfach unheimlich schwierig, das wirklich dann für sich nochmal eine andere emotionale Ebene zu finden. Und das hatten wir eben, das durften wir die letzten drei Jahre so leben und konnten dadurch gestärkt einfach jetzt dieses Album schreiben und dann stehen lassen. Ja, ihr macht ja auch noch ein paar Auftritte jetzt im Sommer, ein paar Open-Air-Tour und danach kommt ja im Frühjahr dann die richtige Tour. Ja, wie geht ihr denn in solcher Zeit mit Stress um, mit dem Stress? Ja, wir versuchen viel an der Frischen Luft zu sein, wir versuchen uns viel zu bewegen, wir versuchen viel Sport zu machen. Das sind so Dinge, die uns wichtig sind. Wir versuchen darüber hinaus die Zeit, die wir haben, mit unseren Familien zu verbringen, uns da zu erden. Da einfach nochmal anders, ne? Einfach nochmal anders anzukommen. Das sind alles Dinge, die wir unheimlich hoch halten können, die uns auch das Ziel bilden. Ja, der Ausgleich ist ja auch sehr wichtig. Absolut. Genutzt zwischendurch, ja. Ja, das war's auch schon von meiner Seite aus. Ich fand gleich die vor. Alles klar. Ja, vielen Dank. 90.7 FM, Powerstation, Brimmerhub. Yep, that's what you're listening to. Radiovisa.tv